Herzlich willkommen zum Testvideobericht der Haus- und Gartentest, diesmal zum Dampfbügeleisen Force Safety Precision DB6130 von AEG. Die beste Funktionsnote im Testfeld sichert sich das DB6130 durch eine Vielzahl praktischer und schlauer Lösungen, allen voran natürlich durch die Bügelergebnisse an sich, aber auch durch die Präzisionsdampfbügelspitze, die besonders bei Knopfleisten exzellent funktioniert und das Bügeln eindeutig erleichtert. Wichtig für ein Dampfbügeleisen ist natürlich auch die Dampfstoßmenge. Hier setzt das DB6130 Maßstäbe, ebenso wie bei der Wassersprühmenge, wird hier folgerichtig die Bestnote erreicht. Garant für das einfache Bügeln ist die mit 500 Dampfaustrittsöffnungen versehene Resilium Bügelsohle, welche exzellente Gleiteigenschaften besitzt und zudem eine gleichmäßige Wärmeverteilung aufweist. Auch bei der Handhabung kann das DB6130 überzeugen, Dampfstoß und Sprühtaste sind großzügig dimensioniert und bequem zu erreichen. Das Befüllen des 350 ml großen Wassertanks gestaltet sich einfach. Das großzügig dimensionierte Drehrad für die Bügeltemperaturanpassung ist fein abgestuft und bequem zu bedienen. Sicherheit wird beim DB6130 groß geschrieben. Eine dreifache Abschaltautomatik samt optischem und akustischem Signal ist in der Praxis ein klarer Mehrwert. Dies gilt ebenso für das Antikalksystem, das bequeme Hochkantstellen des Geräts und dessen Kabelaufwicklung. Kein Wunder also, dass das Force Safety Precision DB6130 verdient den Testsieg erlangen konnte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ihre Haus- und Gartentest.